Wie sie bislang gehabt hat, wie er lief von einem anderen Stern. Fakt ist an dem Medienmarkt. Verabd in der Mitte. Ja, das ist ein Spiel, das die Engländerinnen natürlich auch schon das ein oder andere Mal gezeigt haben. Das Zeitspiel, der Trainer hat sie dazu animiert, die Zuschauer. Immer wieder angetrieben von Van de Sonne. Was hat diese Frau für eine Energie? Das kann jetzt auch ein bisschen dauern. Dann würden Sie die Engländerinnen da quasi wieder angewappen schlagen. Wenn es funktioniert. Okay. Nochmal die Aktion von Taylor gegen die Vereinskameradin von Feldendorf. Beide kommen auf sie auf. Wieder nach.